Musik Hallo Freunde Wir befinden uns in den Rocky Mountains in Montana, beim Montana Herbal Gathering. Das sind alles Kräuterfreunde. Hier ist das Land der Large Pole Pines. Das sind die Tannen, die so dünn und gerade wachsen, dass die Indianer sie zu Tipi-Stangen verwendeten. Und hier ist wo die Elche, nein die Elche, die Vapitis ihre Geweihe abwerfen. Ich bin hier mit einem tollen Kamerateam. Wir machen einen Film, wir gehen durch Yellowstone Park, wir fahren über die Prärie bis nach Wisconsin, wo ich einen guten Freund, den Larry Burger, habe und der auch ein guter Pflanzenkenner ist. Dieser Film kommt im Herbst heraus und ja, ich lade euch ein, den mal anzusehen. Bis dann. Amen. 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 Amen.